Heyo Leute, willkommen zurück bei TTT. Heute mit Minyas. Hallo. Mav zockt. Huhu. Wieder Wolf. Moin moin. Wolfskin. Heyo. Good Gaming AP. Guten Abend. Rance. Moin. Dalu Card. Jo. Wolf bei mir. Wolfskin bei mir. Wow. Und Good Gaming. Hallo Xenex. Grüß dich. Hallo. Eskalation unten im Leuchtturm. Ich bin efektiv. Bei mir ist Mav. Mav ist bei mir. Unten im Leuchtturm sind Tote. Und unten im Leuchtturm sind Tote. Geh weg Minyas. Ist keiner tot. Ich bin grundsätzlich Inno. Das musst du verstehen Mav. Aber nicht mit deiner Shotgun in meinem Gesicht. Komm Mav. Lass uns kuscheln. Hau ab. Fischkopf wollte ich jetzt. Bist du dran. Komm lass uns kuscheln. Dalu zielt auf mich. Ich bin Detektiv. Nein. Hallo. Good Gaming. Xenex ist es. Xenex ist es. Der ist so überrascht, dass er dritter ist, dass er gar nicht weiß wie ihm geschieht. Kannst du meine Hälfte stellen? Wer rollt da den Stein? Lass mich. Es ist mein Stein. Es ist mein Schatz. Mein Schatz. Wer ist Detektiv? Ich heile keine Traitor. WTF? Was heißt entfällt er? Ich bin in den blöden Leuchtturm runtergefallen. Das geht nicht. Die nehme ich jetzt mit in meine Höhle. Nein. Ich bin auch nicht den Leuchtturm. Die Grenze ist es. Ach jetzt ne andere Geschichte. Das war der falsche Weg. Jetzt ist die Story schon mal anders. Wolfskin ist es. Also Marv zielt da hinten um die Ecke. Wolfskin ist es. Er schießt auf mich mit der Shotgun. Wolfskin ist es. Geh weg. Hau ab. Wolfskin ist es. Wolfskin schießt. Wolfskin ist es. Wolfskin ist es. Wolfskin ist es. Und Good Gaming. Wolfskin und Good Gaming Leute. Hallo Jack. Nein ich bin nicht weg. Ich schieß gerade auf Wolfskin. Und Good Gaming. Das sind beide. Aber die sind zu low um einen Detektiv zu töten. Weil ich Detektiv Traitor bin. Ne der scheiß huge. Kann man gar nichts. Runterziehen. Da sind sie schon wieder Wolfskin habe ich. Hab den anderen. Du hast mich erschossen. Ja auf Wolfskin habe ich geschossen. Weil ich gesehen habe wie er auf Grants geschossen hat. Ja und ich habe nur dich im Visier gehabt. Weil du hier so sniperst. Und hatte die die Deal an den Kopf gehalten. Toll. Und ich habe nur auf den Schuss gewartet. Ich heil den Traitor sogar noch. Nur um ihn in der Dach nochmal wieder zu töten. Ich hatte. Ich stand ungefähr 30 Sekunden hinter dem Haft. Und habe nur auf den Schuss gewartet. Ja gut. Aber dann trifft es sicher zu Recht. Will ich mal sagen. Das war. Das war. Dreißigkeitssieg war das gerade. Oder? In welcher. In welcher Hinsicht? Good Gaming. Good Gaming. Schieß es mir in den Kopf. Er ist es. Er ist es. Ich bin tot. Minias Trick war auch so geil. Und mich schießt auf den Boden. Ja der beschießt mich wenn er schaut kann. Ich habe mir ja vorgenommen jemanden zu töten bevor er in der Begrüßung Hallo sagen kann. Hat ja auch nicht ganz geklappt. Das ist Detective und Dalu hat geschossen. Ich bin in hoch. Dalu hat es direkt neben mir. Einer ist irgendwo ein Scout am Strand. Scout am Strand. Das geht ja gar nicht. Jetzt bin ich es immer weißt du. Ich bin auch. Ich bin fast tot. Wieso immer. Maaf hat mich nicht runtergeschubst. Wo ist Maaf? Wo ist Maaf? Maaf kannst du mich heilen? Na ne dich heile ich nicht. Hey. Senix spielt auf mich. Ja ja. Good Gaming rennt hier mit einer Sniper rum. Hat der nicht gerade jemanden angeschossen? Senix rennt auch mit einer Sniper rum. Ich gehe jetzt oben auf den Leuchtturm und verschaffe mir einen Überblick. Weil wenn ich ein Sniper auf den Inno bin. Dalu ist bei mir Dalu. Ich bin im Einsatz hier. Was machst du da? Minas hat dich selbst umgebracht. Du hast es doch gesehen. Der ist runtergegangen. Der ist runtergegangen. Die zwei Traitor können das bestätigen. Ich habe mich auch bei dir selbst umgebracht. Okay. Warum hat er das gemacht? Was hat er versucht? Wahrscheinlich aus dem Gleichgewicht. Ich glaube er wollte. Ja, aber ich dachte wirklich. Wieso rennt er da hin? Und da auf einmal kloppt der Auto. Es geht weg. Also ich bin oben auf dem Leuchtturm und gucke auf euch runter. Ich bin Innocent und ich habe eine Sniper. Also er ist Traitor und hat eine Sniper. Okay. Warum rate ich eigentlich meine Sniper? Boah ich habe immer 67. Dalu Card vor mir. Dalu Card mit der Charme. Wer war das? Im Traitor Egg. Traitor Egg des Grauens. Es gibt ein Traitor Egg auf der Karte. Immer da wo Dalu steht. Traitor vermehren sich mit Eiern. Hier ist Dalu. Ich bin fast tot. Grenz ist Hurt. Grenz ist Hurt. Ja, ja. Ich bin auch so. Marv lebt doch noch, oder? Ja. Wo bist du? Ich habe gerade einen Traitor erschossen. Kannst du mich heilen? Ich habe dich schon mal geheilt. Ja, ich weiß. Aber ich brauche mehr Heilen. Wulfsken ist fast tot und Grenz wird mich jetzt erschießen. Ja, weil ich da runtergefallen bin. Marv, wo bist du? Aber warum bekommst du denn immer Schaden? Mich wurde von der Brücke geschubst. Wulfsken ist fast tot. Was hat er gemacht? Grenz ist das hier. Wo ist Dalu stand? Ne, gut gaming war es glaube ich nicht. Der wurde angeschossen von Vita Wolf. Komm mal mit. Was? Ich habe keinen angeschossen. Dalu zielt auf mich. Da oben auf dem Dach. Ne, da waren Dalu und Minyas und ich und Minyas ist da runtergesprungen. Dalu hat mir zählt. Guck mal, der hat sich selbst gemodelt. Zielt auf mich. Ja, ich weiß. Ich bin auch jeder Aufpasser. So, hier ist Grenz. Jetzt seht ihr. Wenn ich umfalle ins Grenz. Mal auf. Alter. Der Dalu hat mit der Deagle hinter uns direkt. Hast du noch einen Mad Kid? Ne. Du hast das noch. Das geht nicht alle. Geh weg ey. Heimlich doch eben. Wer sich so von heimlich hinten anschleicht. Ich habe sogar dreimal gesagt. Darf ich ihn töten? Hilfe. Ja, Grenz. Du hast gerade eine Pause rum. Das ist dein Karma. Wo bist du denn? Jetzt Wolfsgehen mit der Shotgun. Jetzt hättest du mich mal gehalten. Hab ihn. Hab ihn. Was war das denn jetzt? Also ich kann jetzt erklären. Ich kann jetzt erklären. Ich dachte ich könnte, weil hier oben liegt eine Waffe. Ich will da hinkommen und dann wollte ich da rüberspringen. Ich wollte irgendwie am 16. Das war von vornherein offensichtlich. Ich dachte ich wäre Batman und könnte fliegen. Na 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 na. Superman meine ich. Ich stand auch noch daneben und ich dachte alle sagen jetzt. Ich habe ihn mit der Grover geschubst. Na das wäre super. Ich wollte über das Dach springen. So weit schubst die ja nicht. Wie kommt man denn auf das Dach? Das frage ich mich. Das ist eine Fake. Du kannst dir als super Jetpack kaufen. Das ist die Frage, ob du da aufs Dach kommst. Nein, nein. Du kommst da irgendwie bestimmt vor. Ich habe es probiert. Ich wollte halt als alter Mario-Liebhaber. Sennix hat auf mich geschossen. Ja, ja. Detektiv. Bin Detektiv. Bin Traitor-Detektiv. Nein. Detektiv Traitor. Innocent Traitor. Innocent Traitor. Innocent Traitor. Boah, was ist denn gerade los? Ich habe gerade nur noch 10 Frames. Ich habe 10 Frames. Ich gebe ja wieder Frames. Ich habe eine Traitor-Ausrede. Ich bin hier. Sennix kommt zu euch. Ah, jetzt gehts wieder. Sennix kommt zu euch. Sennix kommt zu euch. Sennix kommt zu euch. Sennix kommt zu euch. Ja, ja, ja. Sennix kommt zu euch. Sennix ist bei mir. Minnias, Sennix. Wieso ist der... Ach, den kann man bewegen. Oh, ich dachte... Hör auf! Hör auf mit dem Stein! Hör auf mit dem Stein! Geh weg! Er ist detektiv halt auf das. Da hat jemand geschossen. Ich habe technische Probleme. Ich habe nur noch 17 Frames. Ah, was ist denn los? Geht meine Platte gerade kaputt? Oder was ist los? Wolfgen ist hier bei mir. Ja, Wolfgen sollte es, glaube ich, nicht sein. Ich muss mal ganz kurz durchschnaufen. Grenz, du hast einen Shotgun, ne? Darluker hat seine Shotgun weggeworfen. Jetzt geht's wieder. Sag mal, Grenz, du hast doch geschossen. Jetzt geht's wieder. Ja, dann ist es... Ja, auf wen hast du denn geschossen? Geh mit dem Stein weg. Geh mit dem Stein weg. Ist das so? Ich habe Angst. Ich habe Angst, Junge, Rolling Stones. Shotgun macht Angst. Grenzverfolgen. Au, ich bin runtergefallen. Darluk, Darluk, kann ich. Kannst du mir einen gefallen tun? Eine Waffe. Hinter dir ist der Traitor, pass auf. Rennstarf. Also, der hat hier ein exklusives Fass unbillig zerstört. Einfach eine Waffe mal auf den Boden werfen. Ich will, weil ich sehe keine einzige. Ich war in allen Waffen-Sports gerade. Ich sehe keine Waffe. Soll ich dir eine geben, komm her. Komm ins Haus, aber komm zu mir alleine. Ja, okay, die kann ich hier. Du kannst wieder haben. Du wolltest nur testen. Und jetzt stirb. Au. Ich habe mich schon fast wieder zerstört. Moment, Moment, Moment. Erstmal hast du gelogen, weil... Ich nehme jetzt Xenix. Oh, Xenix, fake mich. Xenix ist es. Xenix ist es. Vita Wolf ist es, glaube ich. Xenix. Xenix ist es. Ich habe dir eine Five-Seven auf den Boden geworfen. Und du hast mir eine Diegel zurückgeworfen. Minnias ist ein Sollag Xenix getötet. Nein, er hat mich geschlagen. Ich habe mich nur... Ich habe jetzt getötet, mir eine Nummer, das Tod in der Hand. Ja, ich habe Minnias getötet. Vita Wolf kommt her. Okay, Minnias war ein Traitor, alles klar. Warum wird hier getötet? Weil ich Minnias war's. Xenix, wo bist denn du? Ich werde hier verfolgt. Was ist das hier? Nein, hier liegt ein Innocent. Good Gaming, wo bist du? Ich bin hier bei... Alter, der schießt ein Schottkern auf mich. Warst du da hinter mir gerade, oder was? Irgendjemand da oben in der Beute ist. Da hinten ist jemand gestorben, Dalu. Ich habe es nicht gesehen, leider. Hier, der da war es. Vita Wolf war es. Nee, der liegt doch... Was? Wie denn? Ich habe doch noch nicht meine Waffe. Da sind zwei Leichen jetzt. Das stimmt. Jetzt sind zwei Leichen da. Ja, Vita Wolf der andere. Och, Grenz. Den musst du doch haben. Der kann doch nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass ich beobachtet bin. Doch, doch, Minja. Du hast das schnell in der Beobachtung. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich wollte da hoch. Simi, Sima. Ich habe auch gedacht, okay, keiner. Die sind eben gerade gegangen. Keiner wird auf mich gucken. Aber ich konnte wirklich keine Waffen sehen, Dalu. Ich habe auch gedacht, dass du mir die Dieben geobachtet hast. Ja, und wo hast du denn die Dieben her? Nein, keinen Gips. Wo ist die dann hergekommen? Warum soll ich denn jetzt irgendwie hier liegen? Aus dem Wunderland. Ich habe eine Five-Seven hingeworfen. Die hat sich in den Diegel verwandelt. Minja, au. Au, Minja. Allein bei Good Gaming. Uh. Wer spielt gut? Minja schlägt mich. Au, au, au. Ich bin nur das Szenthaus. Haust du mich weiter, Minja? Oh, es gibt solle ich. Es ist hier schon wieder keine. Das ist Minja's gewesen. Ich bin Detective. Ich habe auch keine. Ich habe nicht weitergeschlagen. Naja. Da hinten, Dalu zielt auf den Detective. Wer ist das hier hinten? Ich werde von Piranhas gefressen. Piranha! Piranha war es. Es ist schon wieder Minja's. Ich bin schwer zu weit raus. Schwimmt der Pech gehabt. Minja's ist frei zum Abschuss. Grenz ist es. Wer mich abschießen will, kann ja nur Grenz sein. Ich bin Detective. Ich habe gesehen, wie du hier gerade jemanden getötet hast. Was? Was? Minja's, du hast dein Licht an. Wer hat eingetötet? Ich habe Dalu nicht getötet. Dalu hat doch selber gesagt, dass er von den Piranhas gefressen ist. Nein, Dalu liegt aber hier an Land. Liegt auch Stromspar. Das heißt, wer ist jetzt frei zum Abschuss? Und er ruft die ganze Zeit Piranhas und dann verstummt er. Das klingt logisch, wenn ich ihn erschieße. Ihr habt so eine Nummer abgezogen mit Fake-Leiche und so. Wer? Wo? Okay, Minja's ist nicht frei zum Abschuss. Auf einmal bin ich wieder unschuldig. Nee, weil ich habe Dalu's Leiche gerade ins Wasser geworfen. Und dann ist sie wieder am Land geschlagen. Ja, und was bedeutet das? Dass Dalu wahrscheinlich weggezogen ist. Good Gaming ist es. Good Gaming ist es. Ich habe gerade gesehen, wie er die Leiche entfernt hat. Hä, wo denn? Ich stehe da oben irgendwo rum. Hier am Rand. Hier hat Wolfskin in den Gang gezogen. Good Gaming ist es. Ich bin noch unten am Strand. Mir egal, Good Gaming ist es. Ich habe die ganze Zeit diesen Scheiß Piranha-Sound jetzt in den Ohren. Ich auch. Wusher Bier, in uns dann rückwärts. Vita, verfolgt den Detective. Nee, ist klar. Leute, ich bin doch Anfänger. Seid nicht so. Das ist unfair. Good Gaming ist frei zum Abschuss. Good Gaming ist es definitiv. Okay, dann lass mal kick'n, Wolf. Ich war es doch gerade eben. Wie soll ich es denn jetzt schon wieder sein? Ich glaube, Xenix ist der andere. Gut Gaming, du brauchst den TTT-Zettel am Monitor. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Definitiv. Was soll ich machen, um zu beweisen, dass es nicht so ist? Willst du das? Ich bin heute das zweite Mal dabei. Ach so. Das tut mir leid. Ich kaufe mir schnell C4, um mich zu töten. Okay. Xenix ist bei mir. Er hat einen Crowbar. Gefährlich. Oh mein Gott. Ich glaube, Xenix ist der andere Mini. Er hat auch den Stein. Der Arm. Au, au, au. Ich bin vergiftet worden. Ja, siehste, sag ich doch. Ich bin vergiftet worden. Aber Xenix war es nicht. Nein, Xenix war es definitiv nicht. Der hat auch den Stein die ganze Zeit eingeschlagen. Mieter Wolf ist es. Hier, Mieter Wolf. Mach mal hier. Der ist schon angeschlagen. Der Mini ist hier. Ja klar, du hast mich vergiftet. Was? Oh, wie zu schießend. Wieso eskaliert das hier jetzt? Weil er auf mich geschossen hat. Ich bin... Ich hab nur noch so ein Chapeh. Okay, Good Gaming ist es. Und Xenix. Ich bin es nicht. Dark Xenix zielt schon auf uns. Guck mal hier, ich hab nur noch 25 HP. Was soll ich machen? Du bist es. Warte mal. Lass mich. Warte mal, Grant. Okay, identifizieren. Wer lebt denn jetzt noch? Waren wir nur noch allein? Er war Traitor. Er war Traitor. Okay, damit sind nur noch vier am Leben. Warte. Danke. Und dann können wir Good Gaming suchen. Wo ist er? Warte, ich muss mal kurz die Leiche looten, damit ich ein bisschen Credits kriege. Äh, er ist unten am... Nein, warte, oben im Leuchtturm. Kommst du mit? Habt ihr einen Radar an, oder was? Ja. Da ist er, pass auf, wenn du hochkommst, direkt hinter der Treppe. Er geht runter, er fliebt von mir. Er ist ein Fretzer. Steckt der erst mal fest? Good Gaming. Oh, diese Drecks-Piragnas, hört der Sound an mir auf. Ja, die ganze Zeit, ey. Was ist denn da mit den Piragnas? Ja, wenn du ins Wasser fällst, an einer, an so an diesen steilen Wänden, da kannst du nicht schwimmen. Dann kommen direkt die Piragnas und fressen sie. Ach, das war kein Scherz. Ja, vor allem, ich hab dann echt sowas von Minion hier. Nein, das war kein Scherz. Bedächtig, weil, weil die Leiche lag mitten am Land auf einmal. Und dann dachte ich noch so, ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber warum sollte ich dann keinen Namen rufen? Aber wer hat sich da bitte dabei gesehen, wie ich hier nicht davon so, dass ich das gleiche weggepackt habe? Minion hat das gesehen. Ja, aber wieso? Wo hast du mich da in der Hand? Wieso hast du das denn gemacht? Im Gang. Was fällt dir ein? Voll frech. Du warst unten. Nein, 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 ich hab über dir gestanden. Oh.